Nur zu Ehren der großen Hand alles gibst, werde ich hier sein und hemmungslos wachst du Bier. Okay, und damit, hallo und herzlich willkommen, ich bin der Ricardo und ich spiele heute Draw to Death. Ja, das ist ein Spiel und ich habe keine Ahnung was für ein Spiel das ist und geil. Also, ich glaube wir müssen hier malen bis wir tot sind, mehr weiß ich nicht. Und wir drücken jetzt mal den Button an. Kämpfen. Willkommen bei Draw to Death. Beide helfen sich, okay? Fight. Okay, Blut. Suckless. Tron Stats. Nsch. And Shit. Aus der Schlitte und Kämpfen, Beute, Training, Beleidigung, Statistiken und anderen drauf. Alles gut. Dann machen wir jetzt mal Fight. Ich weiß. Wir empfehlen dir dringend das Training zu absolvieren, bevor du... Okay. Nein. Ich wollte... Kann man dir das Training... ...spielerstellung werden? Äh. Bye. Ssounds hier. Okay. So passt es schon besser, ich glaube wir machen dann mal Training. hallo ich hasse dich diese marke mich nicht das würde ach so das würdest du wenn du das training absolviert absolviert hättest idiot das hier sind alle waffen mit denen du es warst immer wieder zu kämpfen das notizbuch fällst alles schön ordentlich eine schöne kleine spalte damit ein simples gehirn doch kapiert scheiße wie perfekt für dich also die waffen in diesen plätzen egal wäre sie werden jedes mal ausgerüstet und einsatzbereit sein wenn du auf das schlachtfeld fällst ok fall auf schlachtfeld ok markieren mit einem linken steht den platz den du ändern möchtest halbwegs gedrückt und verfügbare waffen für den platz anzusehen ich will die geile hier und wie du siehst kannst du jetzt auch eine neue waffe in den platz liegen vorausgesetzt ist natürlich dass die weitere waffen hast benutze den linken stick meine waffe aus deinem anderen signal auszuwählen halbwegs gedrückt um diese waffe automatisch die gewählten hat zu bewegen das wollte ich gar nicht 47 ok schrothflinte kommen wir neben dem raketenwerfer wunderbar das ist geschafft du hältst ein goldener stern wie er lande auch ok nice da muss man besonders sein siehst du diese waffe auf der rechten seite mit dem wirst du nichts sparen aber du wirst sie auf dem schlachtfeld finden und aufheben können ok wie deine ausgerüsteten waffen kannst du auch dieses schlachtfeld diese schlachtfeld pickups auswählen und wechseln mach das vor einem match oder zwischen den respawn während des match ok oh du willst mehr meine güte du willst aber verwöhnt werden genau wie deine mutter an den kalten abenden wenn sie an der kiste billigen rotwein gesoffen hat und gesoffen und eine handvoll gleitcreme aber eine gleitcreme warum mit geschmack reingeworfen hat habe ich recht ha du weißt dass ich recht habe direkt da schuft da ich immer alles zufrieden ok ich hab dich lesen ok mit dieser taste kannst du charaktere und designs wechseln hier kannst du auch mehr über die spezialfähigkeiten als charakter erfahren und diese taste naja mit dieser taste startest du die spielersuche damit du andere spiel finden kannst wenn du kampfbereit bist ach so match match start starten alter und jetzt mein freund als ob haben wir gott sei dank das ende unserer gemeinsamen zeit erreicht alter der frosch oh mein gott alter ich habe ihn eigentlich ganz cool also macht er aber hör gut zu wenn du auf dem schlachtfeld bist und zu ehren der großen hand alles gibst werde ich hier sein und hemmungslos machst du bier während dir dabei während ich dir dabei zusehe wie du wieder und wieder drauf gehst lang lebe die hand oh mein gott lang lebe die hand oh mein gott lang lebe die hand oh mein gott lang lebe die hand kämpfe okay also ich masturbieren nach dem kämpfen der masturbiert während dem kämpfen die seien details doch okay erzweigen was okay ich hab noch nichts okay also ich will kein diskriminieren genau ja was ist es an der seite waffen und charakter auswahl festgelegt in okay anscheinend haben die ein paar spieler gefunden ja das sieht man doch okay anscheinend sind es 4 leute die alle gegeneinander kämpfen oder sind wir ein team für das töten eines gegners erhältst du einen punkt wer zuerst die punkte hat gewinnt okay dann wird das match nicht so lange dauern oder aber das ist ja voll krank wer kam auf so eine idee wer hat diesen text geschrieben wieso wusste ich nichts von dem spiel okay das ist jetzt okay da unten ist das schlachtfeld wo land ich mal da oben ich glaube das ist oben nein da kann ich nicht landen ich hab sie 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 auch okay okay was denn kann ich irgendwie regenerieren kann ich irgendwas machen wie ich mein leben wie lade ich nach ups scheiße oder der oh ich hab voll viele umgebracht ich glaube ich bin erster platz ich bin ich bin wieder auf freier fläche scheiße oh mein gott oh mein gott ich hab sie noch nie gespielt das ja ach das ist ne Sniper ich will kein Sniper warte da ist mir nur noch ein Burger oder so ich kann hoch springen noch eine ok nein ich bin tot eigentlich bin ich voll gut nein der hat vier kills wie soll der Typ vier kills dann ja ihr wir machen gering Was ist denn das? Äh, was war das? Okay, das sieht aber schon geil aus. Hä? Sind alle tot oder wie? Okay. Ich bin irgendwo unten drunter. Hä? What the fuck? Okay, mein commentary ist grad nicht so das beste. So wie man es halt vor mir gewohnt ist. Okay. Okay. Okay, da ist... Ich hab wieder eine Schuh flittet. Hier ist Weißen. Okay, ich versteh das Spiel langsam. Ich konnte jetzt nicht viel erklären, aber ich hab hier verschiedene Waffen. Und das sind hier alles andere Spieler. Oh, das wird gemesselt! Oh, ich hab keine Muni. Oh, ich hab keine Muni. Okay, ich hab wiederbracht. Oh, mein Gott. Okay. Okay, ich hab wieder... Oh, mein Gott. Nein! Alter, der Raketbär war ja richtig scheiße. Okay, wartet. Äh... Meine Zweitwaffe ist gut. Meine Zweitwaffe ist gut. Oder ist es meine... ...their first... ...und meine Hauptwaffe? Keine Ahnung. ...und meine Zweitwaffe ist gut. Was ist hier? Was ist hier? Oh, die ist gut. Die hat zumindest eine richtig gute Waffe. Okay, warte. Ich staub jetzt ab. Komm schon, ich brauch Essen. Nein! Oh! Okay, I love rainbows. Komm schon. Sport ich eigentlich immer da, wo ich gestorben bin. Spiel vorbei. Ich bin Zweiter geworden. Oh mein Gott. Okay, ja Leute. Ich würde sagen, das war's dann auch schon mit der ersten Folge. Ich bin Zweiter geworden in meiner ersten Runde. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Like da. Vielleicht kann ich das ja auch online spielen mit Dominik oder so. Dann, äh, ist schon geil. Und ja. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Aber wenn's euch gefallen hat, lasst trotzdem ein Like da. Also nur, weil ich cool bin. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! So, ich muss noch kurz was dranhängen, da mir dieser kleine Froschgarten Blutschlüssel, den man oben rechts sehen kann, gegeben hat und ich muss den jetzt irgendwie einlösen. Also warte kurz. Gut, jetzt zeig ich dir, wie man Blutschlüssel einsetzt, um meine neue Waffe freizuschalten. Benutze jetzt den linken Stick, um den Platz für deine neue Waffe zu wählen. Oh mein Gott. Äh, die war scheiße. Okay, ja. Ähm. Und diese Waffe beizuschalten. Ah, ich kann mir seine aussuchen? Okay. Dodgeball. Sexy Beast. Schussachst. Ich bin die. Sexy Beast. Komm. Bitte lass dir Ruhe Zeit, um dir die Details zu der Waffe durchzulesen, bevor du sie freischaltest. Ich fände es so schlimm, wenn du von deiner Waffe enttäuscht wärst, die du sonst bekommen hast. Von mir. Ohne jegliche Anstrengung von deiner Seite. Okay. Oh, du bist schnell. Oh nein, bin ich fertig. Bist du sicher? Denn das Wichtigste für mich ist, dass du glücklich bist. Äh, äh. Ja, ich nehme dir einfach keine Ahnung. Ist mir egal. Äh. Du hast noch null Schlüssel. Ja, okay, ich nehme dir. Sexy Beast. Ich meine, ich brauche ja eh alle Waffen irgendwann. Tolle Showidiot. Du hast eine neue Waffe freigeschaltet. Äh. Du hast noch kleine Musik geschehen wo du. Ну, da ist alles einfach. Ja! schrecklich großzügig bin möchte ich ein geheimnis mit detail wie du unglaublich schnell an blutschlüssel kommt wahrscheinlich geld oder du möchtest so schnell du möchtest schnell mehr blutschlüssel haben schließe diese mission auch so ich dachte jetzt kommt sowas investiere geld jetzt nicht okay die mache ich dann mal anders wir können ja vielleicht mal ein leichtes drüber machen mit und so wieder einfach besuchten auf jeden fall das ist dann jetzt wirklich das ende